Nach zehn Jahren wurde die göttliche Klinge gefunden. Jetzt muss ich das Raumschiff und Thunder finden. Und dann in die Zukunft zurückkehren. Wo wollt ihr hin? In die Zukunft. Und los geht's. Dieser Controller, wer ist das? Das Monster ist nun in mir, oder? Was auch immer in dir steckt, lass es, wo es ist. Das Monster ist nun in mir. Untertitelung des ZDF, 2020